Ein paar tolle Gespräche hier. Wer ist da? Ja, Freunde, die Stimmung ist wirklich gut. Mal schauen, wie ihr das findet. Wie wäre es, wenn man das Telefon nimmt, man ist irgendwo am Spazieren und man tut so, als man telefonieren würde und dann irgendwas sagt, was man daneben irgendwie ein bisschen lauter sprechen könnte. So wie zum Beispiel, was? Zwei Kinder sind gestorben wegen Maske oder Wahrscheinlichkeit wegen Maske? Das kann nicht sein. Wie findet ihr die Idee? Der Roger, der hat die Gräser. Schlimmer Finger. Und deswegen muss ich nicht der Meinung von jemand anders sein und ich muss auch nicht seinen Stil vertreten. Mein Stil ist ein anderer. Ich habe die ganze Zeit mit Fakten gearbeitet. Dann muss ich sagen, Konrad Adenauer, wo wir hier stehen, hat was ganz Wichtiges gesagt. Das schert mich mein Geschwätz von gestern. Und ich fordere die Bundesregierung dazu auf, bis zum 31.10.2020 zurückzutreten. Herr Spahn, Herr Söder, Herr Lauterbach und Herrn Bieler, der Justiz zu übergeben und sich dann zusammenzusetzen und zu reden mit denen, die von Anfang an nicht davon profitiert haben. Das, was ich jetzt auch in eurer Kamera mehrfach gesagt habe, wenn ich sage, die Maske ist der neue Hitlergruß, denkt mal drüber nach.